Hier wird die 17-jährige Straßenmusikerin Mia Kirkland sexuell belästigt. Mia Kirkland will mit ihrer Musik den Tag der Passanten etwas schöner machen. Vor knapp einem Monat hat sie aber auch gemerkt, wie gefährlich es sein kann, öffentlich aufzutreten. In der englischen Stadt York wird Mia über Stunden von ein und demselben Mann immer wieder belästigt. Der Mann umarmt sie, küsst sie auf die Wange und betatscht sie sogar später am Tag. Mia zuckt zusammen und geht einen Schritt beiseite. Als andere Passanten bemerken, dass der Mann sie belästigt, gehen sie dazwischen. Versuchen ihn zur Rede zu stellen, der versucht, die Schuld auf seinen Hund zu schieben. Das Video teilt die 17-Jährige auf ihrem TikTok-Kanal. Über 2,9 Millionen Mal wird es angeschaut. Mia bekommt viel Zuspruch und aufmunternde Worte. Die Sängerin wird auch in Zukunft auf der Straße auftreten. Sie will mit dem Video auf die Risiken aufmerksam machen und bedankt sich bei ihren Zuschauern und bezeichnet sie und ihre Social-Media-Kanäle als Bodyguards. Mia hat auf eine Anzeige gegen den Grabscher verzichtet. Sie will die Geschichte hinter sich lassen.